Was für ein Abgang, dieser U-Boot-Kapitän. Wollte eher sterben, als sein Schiff zu übergeben. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mitgenommen. Sie funktioniert nicht. Mit normaler Munition schon, aber nicht mit Atomspringköpfen. Warum reden Sie nicht mit uns, Herr Kapitän? Warum so leblos? Mit diesem Code hätten wir direkt vor Totenkopf's Haustür fahren können. Seine ganze Basis auslöschen. Sie mal ein Ende setzen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscodes. Da liegt das Problem. Auf der Erde gibt es keine Entschlüsselungscodes. Sie werden in der Mondbasis des Regimes aufbewahrt. U-Boot-Kapitäne müssen Sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort finden streng geheime Forschungsarbeiten statt. Ich fliege jetzt schon rum. Da war ich noch nicht. Karolina und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank, wir sind da. Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Wolfenstein in the New Order. Wir haben das letzte Mal die Atomspringköpfe von dem Regie gemobst. Ja. Und hier tief unter Wasser befindet sich anscheinend in irgendeiner Form ein Geheimgang. Erstaunlich, dass wir das haben herausfinden können. Und das ist ziemlich geil und wir fliegen zum Mond. Also ich habe echt, ich bin, ich habe überhaupt keinen Dunst, in welche Richtung diese Story noch geht. Natürlich gehe ich rein. Wer geht sonst rein? Kann ja sonst keiner. Wie geil das alles ist, oder? Okay, wie heißt es so schön? Ich habe keine Ahnung. Alter. Hat das wirklich so paranormale Züge, dieses Spiel? Das wusste ich alles gar nicht mehr. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung, Daki der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwartet. Ja. Seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Daki-Schutt sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt, jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die hier sein werden. Warnung. Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Ja eben, was war das hier mit Blablabla Warnung? Ja eben, ich habe es auch verstanden. Ich habe es genauso verstanden wie du. Auf diese Weise kommen wir in die Hauchthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Was, was, was? Was, was? Was, was, was? Wie läuft's ab, Captain? Sie gehen als nächster und ich folge Ihnen. Nee, 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 geh, geh, geh ruhig vor, geh ruhig vor. Schönheit vor Alter und wie das heißt. Ja natürlich gehe ich jetzt rein. Hast du gesehen, was mit dem da passiert ist? Der hat geschrien. Alter, was ist das, wie ist das geil? Das ist ja wirklich wie im, wie im Indiana Jones Film. Ich gehe da jetzt rein. Ich gehe da jetzt rein, ich will jetzt da rein. Ey, das ist geil. Dass das in so eine Richtung noch geht hier, das gefällt mir sehr gut. Ich will hier rüber, ich muss hier rüber. Ich kann doch nicht rüber. Na doch. Wie geil. Das ist halt auch so Tomb Raider. Aspekt, was haben wir denn da hinten? Oh, warst du das? Das wird eine Treppe, oder? Das wird eine Treppe, Leute. Ich sag's mal. Das wird eine Treppe. Mach nochmal. Drück nochmal das Ding. Ah, ich hätte gar nicht tauchen müssen. Toll. Ich muss echt mit dir sprechen, dass du mir die Treppe da nochmal machst. Ja, das ist ein Prisma der Dati-Schutz, das ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Ist das möglich? Eine uralte Stelle. Eine von vielen. Die Dati-Schutz haben sie gebaut. Woher muss ich da drauf schießen? Ah. Kann ich das auch so machen? Nee. Ich glaub, die Energie wird nicht reichen. Hä? Jetzt auf einmal geht's ganz! Ah, ich kann hier noch Energie ziehen. Okay. Ah, easy! Das kann man. Okay, ich drücke da mal drauf. Ich hoffe, der weiß, was ich da mache. Okay. Betrieb die Heimekammer. Ich sag euch eins, der wird aufgrund seines Forscherwillens, wird er sterben. Er wird irgendwo dran fassen und wird zerfetzt. Hat er mich gerade Riese genannt? Ist das nicht diese komische Weichspüler-Marke? Und Ramona. Ramona ist allgegenwärtig. Ramona hat mal wieder was in ihr Tagebuch geschrieben. Und jetzt? 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8. So wird das Tor aufgeräumt. So, ich würde mal sagen... Ah, das kennen wir doch. Okay. Oh, oh. So. Ah! Goldener Spielzeugroboter. Das ist falsch, oder? Haben wir den hier noch schon? Goldener Nachttopf. Na, endlich! Ich habe zwar kein eigenes Zimmer, aber ich habe einen goldenen Nachttopf. So, ich vermute mal in der Reihenfolge muss ich das machen, oder wie? Bitte kommen, bitte kommen! Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopf's neuste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blazkowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die die Breiterbrücke eignen. Herrje, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug wird bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es, Carolina. Das Regime hat diese Brücke vor drei Jahren gebaut. Einen direkten Zugang zum Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Der Zug müsste jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Wir müssen los, Captain. Machen Sie sich bereit. So, setze die Torsionsbombe ein. Was? Wie, wo? Was? Was? Ich muss es machen. Abfeuern. Alles klar. Waffe aktiviert. Ich bin nur der Zug. Was? Wir haben die Brücke zerstört, Sir. Wir haben die Brücke mit der großen Metalltummel zerstört. Oh Gott. Caroline, wir haben den Zug gestoppt. Ich lasse den Captain jetzt raus. Er ist bereit und soweit startklar. Verstanden. Gute Arbeit. Weiter suchen. War das so geplant, dass die ganze Brücke dann im Arsch ist? Ich habe das Gefühl, dass das Ding war magnetisch und sollte das so anziehen. Und nicht, dass wirklich hier alles im Arsch ist. Ich will die Knarre. Sie können jetzt springen. Was? Springen? Willst du mich verarschen? Dann fliegen wir drei Meter weiter rüber. Meine Fresse, Alter. Was? Dieser alte Herr. Immer muss ich das machen. Okay. Easy. Achtung. Steinschlag. Alter Latz. Eine komplett weiße. Soll ich den jetzt umbringen oder nicht? Das heißt aber, töten kann ich ihn ja, oder? Ich brauche hier nur seine Ausweispapiere. So. Ich werde wieder losgeschickt mit einem Magazin. Ich möchte das nochmal festhalten, ob das hier mal irgendjemand mitkriegt, dass man vielleicht dem großen Helden, der jetzt hier für die Rettung der Menschheit zuständig ist, vielleicht mehr als ein Magazin mal mitgibt. Aber nein. Warum auch? So. Verbesserung. Sturmgewehr. Raketenwerfer. Wie geht denn das? Okay. Das ist nice. Nicht den Kopf verlieren. So. Wir gucken natürlich nochmal oben hin. Ob wir hier noch irgendwas Schönes haben. Was zum Looten. Was zum Mitnehmen. Mit viel Spaß zum Beispiel. Eine dicke Granate. Oh ja. Sehr schön. Neh mal alles mit. So. Raketensoldat. Was heißt denn das? Fliegt jetzt hier einer rum, oder wie? Oh. Das ist der Raketensoldat. Ich verstehe. Trottel. Ah, der ist schon kaputt. Der ist schon kaputt, der Johnny. Der konnte ja gar nichts. Der hieß Raketensoldat, weil er mit einer Rakete zu besiegen ist. Ich würde mal ganz ehrlich sagen. Unsere Raketen, Johnny. Raketen-Super-Granatenwerfer. Ist der Hammer. Absolut der Hammer. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Neue Waffen für die Dummen. Neue Knarren. Zum Verhaben. Raustika-Waggon nicht mehr herzen. Gehen Sie in Richtung der Torsionsbombe. Es ist etwa die gleiche Richtung und Sie können ihn von überall aus sehen, wenn Sie nach oben schauen. So, Ramona. Was willst du wieder? Warte mal, muss ich mich hier durchschneiden, oder? Hier kann ich mich doch jetzt durchschneiden. Das ist schon ein geiles Feature, ne? Das ist schon cool gemacht. Ich bin mal gespannt, ob dann auch der zweite Teil hiervon auch so ein Feature hat. Also sowas Neueres. Weil der wurde ja dann wirklich nochmal richtig abgefeiert. So, was haben wir hier? Die Sahara wird sein Grün-Paradies. Alles klar. Eigentlich eine gute Idee. Warum nicht, ne? Man braucht halt nur ein bisschen Wasser. Ansonsten könnte es klappen. So, mehr als drei Granaten gehen nicht. So. Jetzt falle ich noch runter, ich trottel. So, muss ich da rein? Okay, die Frage stellt sich nicht mehr. Ich bin reingefallen. Wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich es nicht. Nun ist es passiert. Oh, hier gibt es so viel Zeugs. Das sind schon geile Szenen hier. Aber manchmal wünscht man sich dann doch in irgendeiner Form einfach mal wieder ein Level, wo man richtig schön durchpratzt. Und das hat man eben. Und jetzt ist wieder so stealthy was unterwegs hier. Ich habe das Gefühl, die Baller-Action, da muss noch mehr kommen. Da muss noch fett was kommen. Kann ich auch oben lang? Das ist cool. Gehen wir oben. Leistenbruch. So, wir haben mal. Oh, shit. Den haben wir versemmelt. Das sind ziemlich viele Unterwegs. Jetzt ein Scharfschützengewehr wäre ganz geil. Haben wir aber nicht. Hä? Komm. Ah, da war Blut. Da war Blut. So, komm. Geh drauf. Der steht noch da. Warte mal, wir könnten noch da mal eine Granate reinhauen. Sowas hier. Oh ja, warum nicht? Was haben wir jetzt? Schnelles Zielen. Okay. Ich meine, ihr seid im Vorteil. Ihr könntet euch vielleicht nicht an allen Fenster stellen, aber ich will euch ja keine Ratschläge geben. Ihr seid ausgebildete Soldaten. Ihr habt durchaus den Vorteil, eine wichtige Ausbildung genossen zu haben. Ich bin ja mehr so learning by doing. Ich meine, ich habe schon mal das Regime gestürzt. In irgendeiner Form sind sie nur wieder an der Macht. Aber wer bin ich, dass ich euch Tipps geben kann? So, sehr geil. Warte mal, die Granate will ich haben. Granaten retten ja einem echt den Arsch. Ich weiß manchmal nicht, ob es clever ist, sich vielleicht so eine Rüstung nochmal aufzuheben. Aber ich denke, in dem Level werden wir nicht nochmal zurückkommen. Von daher, nehmen wir mal alles mit. Einfach mal mitnehmen. Sozusagen die weiße Weste. Ach nee, die suchen wir ja. So. Da rüber muss man. Ich finde den Waggon, geht zur Torsionsbombe. So, okay. Ramona. Ich wollte schon sagen, es sind mittlerweile schon wieder drei Minuten rum. Ich habe das Gefühl, Ramona hat schon wieder ein Buch geschrieben. Wird wieder Zeit. Komme ich hier nicht wieder zurück, oder was? Ramonster. Der Schreibschreck. So. Yes. Was haben wir jetzt davon? Oh oh. Aha. Das war ein sehr guter Auftritt von dir. Das war wirklich sehr, sehr gut. Er kam, brüllte und starb. So, zack. Das ist natürlich geil hier, ne? Das ist schon cool gemacht. Da haben sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen von Uncharted inspirieren lassen, oder? Was sagt ihr? Das ist doch so... Das hat schon so ein bisschen Uncharted-Vibes. Alles weg. Okay. Warum nicht? Hat das Spiel gesagt. Er hat sich Mühe gegeben. Komm. Er kann es nicht besser. Mach es weg. So. Geht mal weiter runter. Mein Herr. Oh. Schon ein Limit erreicht. Okay. Okay. Oh oh. Komm. Die halten schon mehr aus jetzt, die Jungs, oder? Okay. Da oben haben wir noch ein Geschütz. Schneller rein. Oh. Was passiert? Hier ist irgendwas drin. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein will. Scheiße. Oh ja. Lade erstmal nach, ne? Immer gut. Ein Schuss. Der fette Soldat ist mit einem Schuss weg. Ich sehe gar nichts durch den Qualm. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Let's go. Einfach mal reinrotzen. Ist ja auch für umme. Ist ja umsonst. Gehört ja nicht mir. Bitte schön. So. Nehmen wir die Doppelte. Das sind mir zu viel. Ich brauche unbedingt das Scharfschützengewehr. Äh? Wir wollen hier noch kommen. Wartet mal. Ich habe keine Idee. Okay. Hat keine Flugbahn. Das Ding. Ich brauche nicht mehr zu tun. Okay. Ich brauche... Oh. Ich muss näher kommen. Wollte ich schon sagen. Ich will ja so eine Knarre. Okay. Ziemlich geil. Ziemlich fett. So. Komplett die Energie verloren. Aber erstmal so ein kleines Schminkdöschen aufheben. Das dauert mir immer zu lange. Das Umschalten zwischen den Waffen. Wow. Daneben. Daneben. Getroffen. So. Komm her. Komm her. Achtung. Feindliche Verkaufung. Komm her. Let's go. Scheiße. Ich muss weg. Eee. Fuck. Ich wollte die Action. Ich wollte sie ja. Ich darf mich jetzt nicht beschweren, wenn ich auf den Sack kriege. So. Na ja. Das Ding. Hui. Der zwirbelt mir die Wespe. Am Ohr vorbei. So. Aber ich habe eine Granate. Kann der sich nicht mehr selbst vor den Sack hauen. Okay. Let's go. Let's go. Wurfmesser. Wurfmesser. Bringt gar nichts. Die Wurfmesser sind ja völlig vor der Arsch bei dem Typen. Das war mir so nicht bewusst. Okay Leute. Ne. Das will ich jetzt noch schaffen. Das gibt es ja gar nicht. Warum? Wurfmesser sind Instant Kills. Das war schon immer so. Das muss immer so sein. Hä? 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 Warum sind jetzt aber mal alle tot? Das war ich gar nicht. Das hatte ich so nicht... Da ist er. Himmel. Gib mir mal die Knarre her. Ey. Ich habe das Gefühl, die staggert nicht. Die Granate war doch eigentlich immer so eine Staggerwaffe. Aber das Geile ist, dass er wirklich genau da abgespeichert hat, obwohl ich gerade abgenippelt bin. Und dass die Gegner jetzt wirklich alle aus dem Loch da rauskriechen. Aber wenn ich da jetzt mit der Schrohrfindung direkt davor stehe, das ist der Plan, ne? Direkt mit der Schrohrfindung. Hier. Direkt. Direkt. Zack. Und wieder zurück. So. Jetzt wieder 40 HP abwarten. Oh Gott, ey. Der macht mich einfach nackig, der Typ. Boah. Der ist heftig, der Johnny. Der ist zu heftig. Aber das Gute ist, er kommt nicht raus. Forget it. So geht es natürlich auch. So geht es natürlich auch, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Einfach die Dummheit ausnutzen. So wie ihr das gemacht habt. Ihr habt ja auch meine Dummheit ausgenutzt, dass ich nichts ausgelernt habe. Das kann ich auch. Ne? Nach dem 15. Mal sterben, habe ich vielleicht auch ein bisschen was dazugelernt. Unter Umständen. So. Nehme ich auf jeden Fall mit dir das Ding. Ich habe jeden Fall alles mit. Was ich nur kriegen kann. So. Der Mann mit der dicken Wumme ist da. Ding dong, ding dong. Ding. Ding. Kann ich jetzt sterben, oder was? Sehen doch. Hab doch deinen Schatten hier sehen. Das war ein geiler Move. Das sah richtig cool aus. Was auch? Kann ich mal sagen. Mit der Waffe habe ich gerade relativ viel Glück. Sehr gut. Ja, er kommt. Er kommt. Und er... Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, dass der geklotzt hat. Sehr gut. Yes. Da ist noch was. Nimm es. Schlucke es. Das ist die gute alte deutsche Suppe. Die hilft immer. Das hat meine Oma schon gesagt. Das alte Geheimrezept von damals. Das ist auch einfach immer noch. Scheiß auf Medikamente. Die gute Suppe von Oma. Mittlerweile schon. Uu, 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 Oma. So. Die Waffe will ich auf jeden Fall noch behalten. Hä? Gehört der Kopf dahin? Irgendwie sieht das komisch aus, wie der da liegt. Wo? Was? So eine vereinzelte Drohne. Würde ich mich verarschen. Wurf das Ding weg. Mann. Eine. Die eine. Die eine oder keine. Für keinen anderen Knarre. Das ist doch alles nicht die Möglichkeit. Ich muss da nicht lang. Ich gehe jetzt hier rein. Was soll der Käse? Hey, Cap. So. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Tod von oben. Ist das nicht so eine Call of Duty Mission? Guten Tag. Van Vierde Franz. Angenehm. Scheiße. Mann. Wirf die Wumme weg. Alter Latz. Da steht er da. Mit der leeren Knarre in der Hand. Boah. Das Spiel zieht gerade vom Schwierigkeitsgrad und vom Actionanteil ziemlich an. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ohne Mist. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, endlich wieder ein Messer. Kann ich wieder versuchen. Warum wirft ihr das weg mit X? Äh, mit Q. Ich dachte, Q ist eigentlich nur Messerattacke. Und nicht gleich Messer wegwerfen. So, brauchen wir nicht. Wir brauchen noch eine dicke Rüstung und natürlich die guten alten Enigma-Teile. So, alles mitnehmen. Wir kriegen hier gar nichts mehr geschenkt. Ich kann mir zwar noch nicht vorstellen, dass wir jetzt im Endgame sind. Aber auf jeden Fall zieht es vom Schwierigkeitsgrad gut an, ne? Granate. Auch sehr schön. Der wirft wieder das Messer weg. Jetzt lass das Messer in deiner Hosentasche. Okay, haben wir alles kaputt gemacht? Ne, hier noch nicht. Granate. Sehr gut. Jetzt haben wir alles. So, verschlossen. Was? Was steht da? Öffnen von der anderen Seite. Das heißt, ich muss da einmal rüberspringen, oder was? So. Ja, wahrscheinlich muss ich irgendwas mit dem Elektrozeugs machen, ne? Anders wird es nicht funktionieren. Vielleicht irgendein Gegengewicht anschießen, dass das dann das Tor nach oben zieht? Aber ich sehe nichts. Das wäre doch logisch. Dieses Gewicht, dass das runtergeht und das dann hochzieht. Aber, ähm, hm. So. Die Waffe wieder aufgeladen. Turm 2. Vielleicht muss man auch erstmal zum Turm 1. Kann ja auch sein, ne? Hier höre ich doch schon irgendeinen rumstolzieren. Na, wo bist du? Ich höre ihn doch. Oh! Das ist ja eine Frechheit. Die letzte Treppenstufe haben sie aber abgeschraubt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Leute, das war es dennoch für heute. Ich dachte, Leute, das war es dennoch für heute. Ich habe gedacht, ich spring da jetzt einfach durch. Aber, ne. Das klingt mir jetzt so hin. Ich bin zu ungeduldig. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, wir machen das nächste Mal wieder weiter mit Wolfenstein. The New Order. Wir werden natürlich die Nazis weiterhin behaken. Oder das Regime. Wir brauchen die weiße Rüstung, die weiße Weste, um dann auf dem Mond landen zu können. Das klingt komisch, das klingt scheiße, das klingt völlig crazy. Wir werden es durchziehen. Das nächste Mal vielleicht schon wieder auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao. Ciao.